Hallo Leute, ich bin's Hussein Kansai aus dem Kinder- und Jugendzettel Seeberger Treff. Ich bin seit ca. 34 Jahren Einrichtungsleiter und die Einrichtung, ja, ca. 50 Jahre hier in dem Stadtteil im Kölner Norden, speziell in Seeberg Nord. Wir bieten unter anderem Hausaufgabenbetreuung für Ältere, für Jüngere, Freizeitangebote, Sportangebote. Unser Herzstück ist der offene Bereich, wo uns ca. im gesamten Verlauf eines Tages ungefähr Raum gebaut, und 180 Leute im Durchlauf täglich durchmarschieren. Und wir haben sicherlich seit Jahren unseren Mittagstisch für Kinder und Jugendliche, der auch in den letzten Jahren immer stetig angewachsen ist. Daran erkennt man einen Riesenbedarf, was den Mittagstisch, die Versorgung von Kindern und Jugendlichen Heranwachstum betrifft. Wir brauchen eure Unterstützung und Hilfe, um unser Projekt auch weiterhin zu gewährleisten. Danke euch und viel Spaß!